Wir präsentieren den sensationell neuen VeggieCut. Mit VeggieCut schneiden Sie sicher und unkompliziert in Sekundenschnelle frische Gurken für Salate, gesunde Äpfel für köstliche Kuchen und selbstgemachte Strudel. Aber auch vitaminreiches Weißkraut oder geschmackvolles Rotkraut, scharfe rote Zwiebel oder bekannte Radieschen. Machen Sie doch auch einmal einen gesunden Rohkosteller aus rote Beete, Zucchini, Rettich, Kohlrabi und Karotten. Ja sogar aus Wurst und Käse macht VeggieCut einen exklusiven Wurstsalat, aber noch viel, viel mehr. Appetitliche Salate, kreative Dekorationen für Ihre Suppen oder gesunde, geschmackvolle Beilagen. Alles wird in Sekundenschnelle fertig. VeggieCut mit seinem extrem starken Saugfuß hält sich unverrückbar fest. Den glatten Einsatz einschieben, Obst oder Gemüse ins Gerät einsetzen und jetzt nur noch kurbeln. Die Ergebnisse begeistern Sie, Ihre Familie und Ihre Freunde. Wollen Sie gesund essen und dabei Kalorien sparen? Bereiten Sie mit dem Einsatz für dünne Spiralen. Anstelle von Spaghetti Carbonara einfach kalorienarme Zucchini Carbonara oder Zucchini Bolognese. Blitzschnell Weiß- oder Rotkraut schneiden und schon haben Sie köstlich frischen Krautsalat. Sie lieben getrocknete Apfelchips? Kein Problem! Mit VeggieCut haben Sie im Nu getrocknete Äpfel für die Winterzeit, aber auch für Ihren selbstgemachten Apfelkuchen und leckeren Apfelstrudel. Genauso einfach machen Sie auch Gurken- oder Radieschenchips für Salate, Kartoffelchips als Beilage für Hauptgerichte oder als naturgesunden Abendsnack. Sie lieben frittierte Zwiebelringe? Voila! Hier kosten Sie einmal! VeggieCut macht Wünsche wahr! VeggieCut ist zerlegbar, geschirrspülerfest und jederzeit bereit zum schnellen Einsatz. Begeistern Sie Ihre Familie, Freunde und Kollegen mit VeggieCut-Gerichten und Salaten aller Art. Man wird Sie beneiden wegen Ihrer einzigartigen Kreativität und der Optik Ihrer Speisen. Schneiden Sie Paprikaschlangen für Tricolorsalate. Egal ob frisches Grün, leuchtend Rot oder kräftig Gelb, die Ergebnisse sind einfach unvergleichlich und überraschend. Köstliche und gesunde Gemüsestreifen von Rettich, Süßkartoffeln, Rote Beete, Zwiebel und noch mehr. Ihre Gäste bleiben einfach sprachlos. Vergessen Sie die unzählig verbrachten Stunden beim Vorbereiten Ihrer Gerichte. VeggieCut ist ideal für jeden Haushalt und einfach unverzichtbar. Sie sollten ihn besitzen.